Also echt, kann mir da mal jemand helfen? Seit Tagen suche ich meine Freundin aus der Menschenwelt. Ah, ich weiß nur, dass sie irgendwie im Spin-Chat rumrennt und Wesley heißt und ja, Dana ist auch noch ihr Name. Dann ist sie bei so einem Radio-Skyfly. Ja, kann mir irgendeiner helfen und mir sagen, wo die ist? Die suche ich so lange schon.